Herr Recki, Schütze des goldenen Tores. Ich denke, der war verdammt wichtig, der Sieg. Stell dir mal den Treffer, Jakob. Ja, ich würde sagen, heute war insgesamt nicht mein bestes Spiel. Ich war nicht wirklich da. Ich habe mir ja bei der Halbzeit gesagt, ich mache wenigstens ein richtiges Tor, fahre mal nach Hause. Hat zum Glück geklappt. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter. Ich denke, jetzt kann das nächste Spiel nicht schnell genug kommen gegen Karbach. Wie ist da die Erwartung, die Aussicht? Ja, wir versuchen auf jeden Fall wieder Punkte zu holen. Karbach ist nicht weit von uns entfernt und das wäre natürlich überragend, wenn wir da wieder punkten. Ich denke aber, wir gehen mit einem richtig guten Gefühl jetzt rein und das wird schon klappen.